Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Heute machen wir wieder mal einen Testbericht von ein paar Spielen. Moin moin, da bin ich der Junge. Und zwar, heute testen wir mal den Modus. Wie heißt er denn eigentlich? Äh, was steht da oben? Gejagt! Gejagt heißt der Modus. Und den spielen wir heute mal. Ich habe jetzt hier eine kleine Wummer am Start. Ich muss mal gucken hier, gucken, gucken, gucken. Football. So, ich habe den Modus noch nie gespielt. Oh, da ist auch schon der Dschungel hier. So sieht es auch in der Unterhose von manchen Frauen aus. Wie ein Urwald. Boah, will ich gar nicht dran denken. So, frisch gewischt. Männchen, Weibchen, sieht man. Aber jetzt müssen wir gucken, wo die Leute sind. Oh, da! Oh Gott, seht ihr das? Oh Gott, Leute, das ist so blöse. Oh, jetzt muss ich dem auch noch folgen. Oh Gott! 100 Punkte! Oh ja! Und deine Bulldog nehme ich mit. Boah, das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Das ist jetzt Tschernobyl-Style. Darauf stehe ich sowieso. 100 Punkte! Der Hube läuft, Aliyeo. 200 Punkte schon. Mitgerissen. YouTube Games kommen am Start. Boah, das irritiert mich so, wenn die Gamer-Tags so rumwischen. Das hat irgendwas von hier New York City hier so. Seht ihr das so rum? Diese Gamer-Texts werden nicht ganz angezeigt, sondern die scrollen immer, wenn er lang genug ist. Nein! Stop right now! Was ich immer so sage. Komm, 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 komm. Ach, Mist! Der wollte mit mir spielen. So gewonnen, so Taronnen, sag ich immer. Ja, ich muss euch jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen, wenn ich hier das hier ganze Spiel erspiele. Und zwar, ich habe wieder einen verdammten Fehler getan. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe gerade eben 50 Euro verzockt. Und ich will euch nur sagen, Leute, geht niemals in eine sogenannte Spielhalle, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Egal, wie die Verlockung ist. Spielhallen sind scheiße. Das müssen wir uns einig sein. Äh, ist scheiße. Sind wir uns einig. So. Oh ja! Oh Gott! Den kriege ich. Was ist denn das für eine kacke Waffe? Hallo, hallo. Wo ist er hin? Komm schon, Digga! Du willst sterben? Mit dieser Waffe ist aber richtig schwierig, die Gegner zu töten. Hab eigentlich nur ich diese beschissene Wumme? Oh Gott. Da läuft einer, da läuft einer, Digga! Da läuft einer! 100 Punkte! Hey, komm her! Wumme nachladen. Aufzug betätigen. What the fuck? Das Ding funktioniert tatsächlich. Uh, der Aufzug funktioniert. Ich glaub, hier bin ich sicher. So. Wie weit können die Spieler nicht sein? What the fuck? Du hast aber eine richtig coole Wumme, muss ich sagen. Wie heißt er denn? Ach ja, was ich noch sagen wollte. Bald kommt ja die PS4 raus. Ich werde die wahrscheinlich erst am, was kann ich sagen, am 10. Januar holen. Am 10. Januar hole ich mir die PS4, Leute. Nicht früher und nicht vorher. Solange bleibe ich bei der Playstation 3. Äh, ja. Und Ghost kommt auch für die PS4 raus. Ist auch ne... Oh, nein, nein. Ich hab Selbstmord gemacht. Ghost kommt auch für die PS4 raus. Was ist denn das? Oh, der sieht gut aus. Oh, die Sniper ist nochmal richtig nice. Muss man doch sagen, oder? Das muss man Activision zugeben hier. Wo ist er hin? Komm schon. Ich fühle mich hier wie ein I-Legend. Ich alleine hier auf der Map. Da draußen. Gefahren. Zombies. Bumm! 150 Punkte! Gute Nacht! Oh, jetzt bist du aber richtig tot, oder? Jo, somit sag ich ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Und jetzt noch was. Alle, die eine PS3 haben, können eine Nachricht schreiben, weil in einem nächsten oder im übernächsten Video wird deine Nachricht hier erscheinen. Schreib einfach an den Gamertag YouTube Gamescom irgendeinen Quatsch, was du gerne loswerden willst, den du grüßen willst zu diesem Posteingang. Dann zeige ich den beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann alles so finden. Also nicht vergessen, Oh, da ist die Leiche ist weg. Ciao! Wollen wir noch Suizid? Boom! Geht gar nicht. Ciao!